Vor zehn Jahren verließ ich eine Gemeinde, die sich sehr von dieser unterschied. Obwohl das freundliche Schild an der Straße in die Stadt mich darauf hinwies, dass ich mich in Fulton Springs befand, erkannte ich die Stadt nicht als solche. Die Leute, die nicht auf der Suche nach einem interessanten Leben waren, würden sich für das geordnete, friedliche und langweilige Leben in der Stadt entscheiden, die ich verlassen hatte. Obwohl ich Fulton Springs nicht kannte, bin ich mir sicher, dass es nicht das, ich, gewesen wäre, das nach Ruhm und Geld suchte. Die Popularität und der Reichtum, die ich vorfand, machten es mir schwer, mich von ihnen loszureißen und nach Hause zurückzukehren. Dieser Besuch war für die Beerdigung meiner Mutter gedacht. Das war der andere Grund, warum ich weggegangen war. Also war ich nicht für die Beerdigung meines Vaters zurückgekehrt. Ich hatte keine so starke Bindung zu ihm, dass ich zurückgekommen wäre. Vor zehn Jahren gab es nur drei oder vier Hotels in der Stadt. Heute sind es mindestens ein Dutzend. Obwohl es überhaupt nicht mein Stil war, war das Fulton House kaum mit einem pseudotoskanischen Äußeren anstelle seiner einfachen neogregorianischen Fassade zu identifizieren, die dem Großteil des neuen Straßenbildes entsprach. Ich fuhr in den Vorhof und gab dem Parkwächter meine Schlüssel. Als ich vom Kofferraum aus zur Rezeption ging, nahm ich meine einzige Tragetasche mit. Sie war freundlich und sah gut aus, aber ein bisschen zu jung für mich. Guten Morgen, Sir. Haben Sie eine Reservierung? Mein Name ist Edward Fulton. Ich gab ihr meinen Führerschein, um zu bestätigen, dass ich die Person war, die ich vorgab zu sein. Fulton, irgendeine Verbindung zu? Ja, ich bin hier für die Beerdigung meiner Mutter. Miss Corby, hier ist Trudy von der Rezeption. Ich habe die Anweisung erhalten, unseren Manager zu kontaktieren, wenn Sie einchecken. Könnten Sie einen Moment warten? Sie drehte sich wieder zu mir um. Sie wird gleich bei Ihnen sein. Nehmen Sie doch so lange dort drüben Platz, sagte Miss Fulton und deutete auf ein gemütliches Sofa. Möchten Sie einen Kaffee oder etwas anderes? Wir haben auch sehr gute Weine, wenn Sie möchten. Nein, danke. Ich möchte nichts. Ich setzte mich und schaute mich in dem Hotel um, das mit seiner Standardeinrichtung nicht gerade einladend wirkte. Ist es nicht schrecklich? Ted Fulton, wie geht es dir? Lange nicht gesehen. Ich drehte mich um und sah die Frau, die hereinkam. Jenny Corby, wie geht es dir? Du siehst toll aus, nicht einen Tag älter als damals, als ich ging. Fließen dir nicht immer noch die Worte aus dem Mund? Typische Ironie, mit der du meinen schwachen Versuch, freundlich zu sein, erwiderst. Übrigens, woher kennst du den muskelbepackten Trottel, den du an meiner Stelle gewählt hast? Wie heißt er nochmal? Gab es denn eine echte Wahlmöglichkeit? Entweder der Streber, der jedes Mal gestottert hat, wenn ich mit ihm gesprochen habe, oder der Mann, den mein Vater als Geschäftspartner in Betracht zog und der mich dazu ermutigte, ihn zu heiraten. Ich habe jeden Tag meiner Ehe bereut, aber ich hatte nicht den Willen, meinen Vater herauszufordern. Um auf meine Frage zurückzukommen, wie geht es ihm? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Nachdem ich herausgefunden hatte, dass er mit Betsy Foreman zusammen war, drohte ich mit der Scheidung und als ich das letzte Mal mit ihm sprach, riet ich ihm, sie zu verlassen. Ich werde es später erklären. Ich weiß, wie es ihm jetzt geht. Das ist eine himmlische Verbindung. Er ist dumm genug, um auf ihren offensichtlichen Charme hereinzufallen, der zu ihrer Intelligenz passt. Und sie ist naiv genug, um zu glauben, dass ein breites Lächeln alles ist, was nötig ist, sagte ich und sah uns an, mit Ausnahme von Trudy, die über das Schauspiel zwischen mir und Jenny grinste. Schau, dass wir beide in der Öffentlichkeit über alte Zeiten sprechen, sieht nicht gut aus. Nicht, dass hier gerade jemand zuhört. Trudy grinste uns an, während sie vorgab, sich auf etwas Wichtiges zu konzentrieren. Wie ich vorhin sagte, bevor ich unhöflich unterbrochen wurde, werde ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen und wir werden unser Gespräch fortsetzen. Die Minibar gehört dem Haus. Gehen Sie voran. Sie führte mich nach oben in die Präsidentensuite. Das würde jetzt interessant werden. Ich habe gehört, dass Sie die Beerdigungen unserer Väter verpasst haben. Ich hielt es nicht für notwendig. Mama wusste, dass meine Anwesenheit nur dazu dienen sollte, sicherzustellen, dass er tot war. Sie informierte mich darüber. Und ich stimmte ihr zu, auch wenn die Umstände seines Todes mein Interesse weckten. Wie sind Sie gestorben? Sie waren auf der Rückfahrt von einem ihrer regelmäßigen Abende. Die Polizei sagte, es sei ein Fall von zu schnell zu betrunken gewesen und ich fühlte mich schuldig wegen der beiden Mädchen, die sie begleiteten. Obwohl sie berufstätig waren, hatten sie ihr ganzes Leben noch vor sich. Wenn man darüber nachdenkt, bin ich froh, dass wir nicht geheiratet haben. Kannst du dir vorstellen, dein Leben lang die Schwiegerväter des anderen zu verachten? Es langweilt mich nicht, darüber nachzudenken. Sind wir es oder bin ich es, der das Unvermeidliche umkreist? Wie immer, lach nicht. Wenn ich Glück habe, fühlst du genauso. Ich will dich so sehr. Willst du mich dazu bringen? Ich habe immer geglaubt, dass wir unser eigenes Glück schaffen. Was für ein nahtloser Übergang. Alles, was ich wusste, war, dass wir, als wir unsere Lippen entriegelten, auf dem Bett lagen und auf etwas hinarbeiteten, das sich als sehr befriedigende gemeinsame Zeit herausstellte. Unsere Lippen kollidierten und waren stundenlang verschmolzen. Nicht wirklich. Aber da ich, wenn ich abgelenkt war, wie ich es jetzt war, die Zeit nicht richtig einschätzen konnte, konnte ich es nicht mit Sicherheit sagen. Weißt du, dass ich gerade den Traum gelebt habe, den ich vor all den Jahren hatte, dich zu lieben? Fragte ich. Und du hast auf eine Frage geantwortet, die ich mir während meiner Pseudo-Ehe oft gestellt habe. Sicher ist es besser als das hier? Ich verstehe jetzt, dass die Antwort ganz eindeutig lautet. Jetzt muss ich dich lieben und dich verlassen. Ich habe einen Job zu erledigen und muss dieses profitable Unternehmen am Laufen halten. Ist ein Abendessen mit mir geplant? Die Beerdigungspläne muss ich mit dem Bestattungsinstitut besprechen. Das wäre toll. Treffen Sie mich um 19 Uhr am Empfang. Sie klang gerade sehr geschäftsmäßig. Ihre Mutter hat uns eine Liste mit Liedern hinterlassen, die sie BI ihrer Beerdigung hören wollte und sogar DVDs, die wir auf unserem riesigen Fernseher zeigen können. Ich habe mit Pfarrer Thomas, dem zuständigen Geistlichen, gesprochen. Sie hatte auch einige Bilder, die wir zeigen könnten, aber unerwarteterweise gab es keine, die ihren Vater zeigen. Sie hat um eine formelle kirchliche Zeremonie gebeten und obwohl sie keine Trauerrede verlangt hat, nehme ich an, dass sie eine halten möchten. Ja, ich habe eine geschrieben und wenn ich ein paar Pausen einbaue, um mich zu sammeln, sollte sie etwa 10 Minuten dauern, wenn das in ihre Pläne passt. Wir müssen uns an die Wünsche der Familie halten. Das weiß ich zu schätzen. Wir haben eine ungewöhnliche Bitte. Ihre Mutter und Jenny Corbet waren in den letzten Jahren unzertrennlich, seit ihr Vater und ihrer ihren vorzeitigen Tod erlitten haben. Es ging nicht darum, dass sie sich gegenseitig über ihre Verluste hinwegtrösteten, sondern eher um eine Feier der Freiheit. Ist es für sie in Ordnung, wenn wir Jenny einbauen, um über ihre Erinnerungen zu sprechen? Sicher, das ist für mich in Ordnung. Ich habe gehört, dass sie bei der Beerdigung ein paar Worte sagen möchten. Wir hatten gerade im besten Restaurant der Stadt Platz genommen, wo uns die Kellner neugierig musterten. Ich möchte nicht zu prätentiös sein. Ganz und gar nicht. Sie kennen sie sicherlich besser als ich. Sie hat immer wieder gesagt, wie wenig sie gesprochen haben und gefragt, wessen Schuld das sei. Ja. Nun, ich war damit beschäftigt, meine Million zu verdienen. Zu beschäftigt, um an die eine Person zu denken, die dein früheres Leben erträglich gemacht hat? Sie hatte die Ideen besprochen, die ich in den letzten Jahren mit mir selbst hatte. Ideen, sie nach dem Tod meines Vaters nicht mehr zu sehen. Sie hatte es mir nicht unter die Nase gerieben. Sie wusste, dass ich seine Beerdigung auslassen wollte, damit ich mich mehr um sie kümmern konnte. Sie deutete dem Kellner an, dass wir bestellen wollten. Lass uns heute Abend nicht in Traurigkeit versinken. Das können wir für morgen aufheben. Lass uns essen. Während des Abendessens gab es lange Zeiten der Stille, in denen wir beide in Meditation versunken waren. Diese Stille beeinträchtigte nicht unsere Wertschätzung für das erstklassige Abendessen. Jenny sagte, als wir meine Suite betraten, übrigens, die Tür dort drüben ist eine Verbindungstür. Normalerweise ist sie abgeschlossen, aber während ihres Aufenthalts wird sie es nicht sein, wenn sie Interesse haben. Warum lassen sie sie nicht abgeschlossen und bleiben hier behind mir? Was würde das Personal denken, wenn mein Bett nicht benutzt wird? Macht Ihnen das wirklich etwas aus? Wenn es sie sehr stört, können wir uns abwechseln. Was soll's? Sie bleibt abgeschlossen. Auf welcher Seite stehen sie? Sie sagte, auf dieser Seite, Dummkopf. Die Zeit drängt, und sie begann, sich auszuziehen und auf unser Bett zuzugehen. Ihr Flüstern in mein Ohr weckte mich am nächsten Morgen sehr früh. Sie blies erst hinein, um mein Interesse zu wecken. Liebling, wie spät ist es? Die richtige Zeit. Ich habe hier gelegen und mich gefragt, was für ein Idiot ich gewesen bin. Wie das? Ich hätte ihn rauswerfen sollen, als ich zum ersten Mal von seiner Untreue hörte. Wie lange warst du verheiratet, als das passiert ist? Eine Woche. Ich hätte gedacht, dass er sich etwas länger zusammenreißen würde. Als ich es meinem Vater erzählte, sagte er nur, ich solle es vergessen. Er meinte, was hätte ich erwartet, der Mann sei der größte Kerl im Football-Team gewesen und es würde schon ein besseres Mädchen als mich brauchen, um ihn in Schach zu halten. Ich hätte nicht überrascht sein sollen, wenn man die Erfolgsbilanz meines Vaters betrachtet. Du hättest anrufen können, und ich wäre sofort gekommen. Und hat er dir wehgetan? Nein, das könnte ich nicht. Das Gute ist, dass du jetzt hier bist, wir sind wach. Also, was machen wir jetzt? Ich verstand sofort, wie schwer es sein konnte, wieder einzuschlafen, nachdem man geweckt worden war. Ich war kaum eingeschlafen, als sie mich weckte. Ich muss los. Wir haben all diese Gäste in der Stadt für eine wichtige Beerdigung. Als wir anfingen, dies zu organisieren, kamen Cousins aus dem Nichts, die wir seit Jahren nicht gesehen hatten. Es müssen mindestens 100 von ihnen allein in diesem Hotel sein, und wir mussten den Überfluss verteilen. Dieses Hotel übernimmt die Kosten für alle von ihnen. Du solltest nicht dafür bezahlen. Lass mich das übernehmen. Schließlich war sie meine Mutter. Nein, ich habe ihr versprochen, dass ich das übernehme. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie ich dich dazu bringen kann, etwas beizusteuern. Ach ja? Und wie soll das aussehen? Wenn du mein Mann wärst? Vergiss das nicht bis nach der Beerdigung. Vielleicht fällt dir dann eine anständige Idee ein. Ich würde mich nicht zu früh freuen. Wir müssen noch eine Menge Dinge klären, bevor diese Entscheidung getroffen wird. Jetzt muss ich aus diesem Bett raus und anfangen zu arbeiten. Kann ich helfen? Was können Sie noch tun? Alles, was nötig ist. Ich werde Sie daran erinnern. Ich muss Sie warnen. Ich bin ein ziemlicher Pedant. Das Risiko gehe ich ein. Um ehrlich zu sein, Jenny und ich waren ein sehr gutes Team. Die Küchenmannschaft wurde angewiesen, mich nicht anders zu behandeln als jeden anderen neuen Mitarbeiter und mich nicht zu schonen. Mittlerweile bin ich ein kompetenter Toast-Toaster und Kaffeekocher. Als das Geschirr wieder in die Küche zurückkam, habe ich mir meine Spülmaschinen-Lizenz verdient. Ich habe mit der Küchenmannschaft gesprochen. Wenn du Arbeit suchst, kannst du morgen wiederkommen. Das könnte ich machen. Jetzt müssen wir uns um die Beerdigung kümmern. Wow! Mir fiel nichts mehr ein. Ihre schwarze Kleidung sah toll aus. Sie sah gleichzeitig feierlich und elegant aus. Danke dafür. Du siehst auch gut aus. Wir sollten gehen. Mutter hatte ihr ganzes Leben lang diese Kirche besucht. Pastor Thomas kam zu uns und wir besprachen die Einzelheiten der Zeremonie. Ihre Mutter wollte keine Kirchenlieder. Die Musik, die sie ausgewählt hat, waren ihre Lieblingsstücke. Und das hat mich sehr gefreut. Sie erklärte, dass sie nur ihren irdischen Körper verlässt und nicht stirbt. Und fragte daher, warum wir traurig sein sollten. Jenny antwortete, das klingt nach ihr. Jenny und ich nahmen in der ersten Reihe Platz, was dem Rest der Familie, von der ich einige überhaupt nicht kannte, nicht entging. Die Kirche füllte sich. Reverend Thomas erhob sich, als der Sarg auf seinem Ständer gegenüber dem Podium aufgestellt wurde. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier versammelt, um nicht um Judy Fulton zu trauern, sondern um ihr Leben zu feiern. Herr, wir danken dir, dass du es uns ermöglicht hast, Judy Fulton kennenzulernen und zu lieben. Es folgte eine kurze Pause, während die Menschen in sich gingen und beruhigende Musik erklang. Sie war viele Jahre lang aktives Mitglied dieser Kirchengemeinde. Ich kenne sie persönlich, seit ich vor drei Jahren diese Kirche besuchte, und ich bewundere die stille Stärke, mit der sie ihr Leben gemeistert hat. Sie hat mir einige ihrer Lebensgeschichte erzählt, und wenn sie es gesehen hätte, hätte ich ihr verziehen, dass sie glaubte, sie hätte schlechte Karten. Sie erzählte mir, dass sie die schwierigen Ereignisse, die ihr widerfahren waren, als Lehrstunden betrachtete und dass ihre Bewältigungsstrategie darin bestand, sich auf weitaus schwierigere Umstände vorzubereiten. Sie blühte nach dem Tod ihres Ehemanns auf. Es war, als wäre ihr eine Last von den Schultern genommen worden. Ihr erster Musikwunsch ist eine Darbietung des Blumenduetts aus Lackme, das hier auf der Leinwand zu sehen ist. Sie hat diese Version ausgewählt, weil die beiden Sängerinnen bei den Aufnahmen Spaß zu haben schienen und nicht miteinander konkurrierten, sondern harmonierten, sagte sie. Der Bildschirm wurde lebendig und ich musste ihr Recht geben. Ted Fulton wird uns an seine Jugend erinnern, bevor er sein Glück in der Ferne suchte, sagte Reverend Thomas und kündigte an, dass ich an der Reihe sei. Obwohl meine Erinnerungen an meine Mutter nicht immer positiv waren, war keiner von uns beiden schuld. Ich habe mich immer gefragt, warum meine Eltern nie zufrieden zu sein schienen, als ich noch sehr klein war. Mein Vater war kaum zu Hause. Ich hörte, er arbeite. Es schien mir, dass er, wenn er zu Hause war, wenig Zeit für meine Mutter und noch weniger für mich hatte. Ich habe die persönliche Dynamik meiner Eltern erst viel später in meinem Leben wirklich verstanden. Unter einem Dach führten sie völlig unterschiedliche Lebensstile. Für meine Mutter und mich war das gut. Zwischen uns bestand eine Bindung, die mich als Heranwachsenden zufriedenstellte. Wir sprachen über ein breites Spektrum an Themen, die mir zunächst willkürlich erschienen, die sich aber später als entscheidend für meine Entwicklung herausstellten. Sie war es, die mich dazu inspirierte, mich zu verbessern und persönliche Ziele zu erreichen. Sie zeigte mir auch, dass sich die Welt nicht nur um mich drehte und dass ich die Menschen um mich herum nicht nur brauchte, sondern dass sie mich auch brauchten. Ich muss ein Geständnis ablegen. Als meine Karriere in den Mittelpunkt rückte, habe ich das aus den Augen verloren und auch, wer eigentlich die wichtigste Person in meinem Leben hätte sein sollen. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Wir haben oft miteinander gesprochen, aber ich konnte mich nicht dazu überwinden, zu ihr zurückzukehren, solange mein Vater noch am Leben war. Wenn er meine Mutter misshandelte, und das war oft der Fall, konnte ich ihm nicht gegenübertreten. Ich hatte Angst, dass ich etwas tun könnte, was ich später bereuen würde. Sie wusste, dass ich mich entschieden hatte, nicht zu seiner Beerdigung zu kommen, als er starb. Sie wusste, dass ich nach seinem Tod nicht zurückgekehrt war, weil ich geschäftlich verhindert war. Ich bedauere diese Entscheidung, aber es ist noch nicht zu spät. Abgesehen davon erinnere ich mich an meine Mutter als eine Frau mit großem Mitgefühl und großer Stärke. Sie war amüsant, wenn sie wusste, dass ich sie brauchte und nicht eingebildet. Sie unterstützte mich bei allem, was ich tat. Sie war niemandem gegenüber kritisch eingestellt, insbesondere nicht meinem Vater. Ich konnte das erst verstehen, als ich von zu Hause ausgezogen war. Sie war unvoreingenommen, um mich vor meinem Vater zu schützen und seinen Einfluss auf mein Leben zu verringern. Sie ist hier bei uns allen im Geiste. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihr das zu Lebzeiten sagen würde, aber ich denke, es ist nie zu spät. Mama, ich liebe dich und danke dir so sehr. Als ich mich setzte, wurde die nächste Musikauswahl bekannt gegeben und das überraschte mich. Auf der Leinwand erschien John Farnham und Lisa Edwards, die Angels sangen. Der Anfang war humorvoll und die von den Künstlern zum Leben erweckten Texte waren sowohl stark als auch passend. Jetzt hatte Jenny die Gelegenheit, zu den Anwesenden zu sprechen. Judy war für mich wie eine zweite Mutter. Sie half meiner Mutter durch die Exzesse meines Vaters. Sie half mir, als mein Vater sich selbst übertrieb. Sie war diejenige, die meinem Vater entgegentrat, als er versuchte, mir wehzutun. Diese Entscheidung machte den Unterschied aus und er versuchte es nie wieder. Sie war nicht verpflichtet, mir nach dem Tod meines Vaters bei der Leitung des Hotels zu helfen. Sie war diejenige, die mich davon überzeugte, dass ich es schaffen könnte, auch wenn der Mangel an Enthusiasmus meines Vaters die Dinge nach unten gezogen hatte. Ihre Hilfe ging über ihre anfänglichen Geldspenden für Renovierungen hinaus. Sie teilte mir mit, dass die Schulden mit ihrem Tod erlöschen würden, auch wenn sie mir riet, dass ich sie nicht zurückzahlen müsse. Abgesehen davon war mir ihre Beziehung besonders wichtig, nachdem meine Mutter meinen Vater verlassen hatte. Sie blieb bis zu ihren letzten Monaten bestehen, als sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte. Ich bin dankbar für die Richtung, die sie mir gegeben hat, die einer Mutter, die ihre Tochter führt. Ich hoffe, dass ich erfolgreich war, da ich mein Bestes getan habe, um den Gefallen unter solch schwierigen Bedingungen zurückzuzahlen. Wenn ich sage, dass Judy Fulton die unglaublichste Frau war, dann übertreibe ich nicht. Es ist sogar noch bemerkenswerter, dass sie mich als besonderen Freund betrachtete. Judy hat darum gebeten, dass sie dies tun, da sie ihr Leben lang ordentlich war und ihre letzten Momente in diesem Körper so unorganisiert wie möglich sein sollten. Um sie später zu sammeln, haben die Bestattungsunternehmer einen Staubsauger. Judy wird zum Krematorium gefahren, wo eine private Einäscherung stattfindet. Wenn sie möchten, können sie sich im Hotel mit Erfrischungen versorgen. Wer möchte, kann mit uns zusammen die Urne mit ihrer Asche in eine Nische in der Hotelwand stellen, von wo aus sie die Ereignisse beobachten und vielleicht sogar sehen kann, wie sich die Clans Fulton und Corbet versammeln. Ted, du stehst nicht unter Druck, aber sie hat mir gesagt, dass sie dich und Jenny für geeignet hält. Bevor sich die hintere Tür des Leichenwagens schloss und dieser losfuhr, wurde das Lied mindestens fünfmal gespielt. Als wir in die Kirche zurückkehrten, bemerkte Pfarrer Thomas, Deine Mutter wollte, dass ich dich in die Pflicht nehme. Sie glaubte, dass es nie dazu kommen würde, wenn wir es dir und Jenny überlassen würden. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Kannst du dir vorstellen, dass die Diskussionen zu diesem Thema bereits begonnen haben? Es ist noch früh, aber ich denke, zumindest hoffe ich, dass sie zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen werden, sagte ich zu ihm. Jenny starrte mich an. Das ist etwas, das sich ändern muss. Du klingst wie ein alter und spießiger Geschäftsmann. Und das ist das Letzte, was ich will. Du erinnerst mich zu sehr an meinen Vater. Sagen wir es, wie es ist. Wir sind noch nicht fertig. Du musst nicht wissen, wie stark unsere Gefühle sind oder wie weit wir damit gegangen sind. Nachdem die Bestattungsunternehmer die Urne für uns an der Wand des Hotels angebracht hatten, gab es eine Art Zeremonie, um dies zu markieren. Dann rückte die Zukunftsplanung in den Vordergrund. Wo werden wir sein, fragte Jenny am nächsten Morgen nach einer weiteren Runde inniger Küsse. Nun, sagte ich, ohne mich auf den nächsten Schritt zu freuen. Ich habe ein kleines Problem. Sag mir nicht, dass du dich von deiner Frau trennst, damit du mich heiraten kannst, nachdem du deinen Aufenthalt hier genossen hast und eine Zukunft mit mir siehst. Du hast halb recht. Ich muss es ein paar unglaublichen Töchtern beibringen, aber ich habe keine Frau. Und du hast Angst, dass deine Nachricht nicht gut aufgenommen wird, weil du hoffst, dass du eines Tages wieder mit ihrer Mutter zusammenkommst? Auch hier liegst du nur zur Hälfte richtig. Sie wissen, dass diese Brücke bereits verbrannt ist und dass es keine Chance gibt, dass das noch einmal passiert. Ich nehme an, dass sie dich dann weniger oft kontaktieren werden, wenn wir zusammen sind, da sie bei deiner Ex-Frau leben und du regelmäßig Besuchsrechte hast? Das ist genau andersherum. Sie leben bei meiner Haushälterin und mir, ihre Mutter hat Besuchsrecht. Der Titel Haushälterin ist ein Euphemismus für ihre Lebensgefährtin. Diese Haushälterin ist jung und schön? Nein, sie ist überhaupt nicht mein Typ. Wenn Sie es wissen müssen, sie ist meine Schwiegermutter, Mitte 40. Lassen Sie mich das klarstellen. Ihre Frau hat sie für einen anderen Mann verlassen. Ihre Mutter hasste das, was ihre Tochter getan hatte. So sehr, dass sie zustimmte, bei der Erziehung der Kinder zu helfen? Das ist so ziemlich alles. Was für eine seltsame Reihe von Umständen. Erzählen Sie mir mehr. Ich habe sie immer für klüger gehalten. Ich bin neugierig, wie sie in so eine Situation geraten sind. Ich kann verstehen, warum sie das getan hat. Obwohl mein Geschäft profitabel war, war es das nur, weil ich mich nicht an die Regeln gehalten hatte. Sie beschloss, wieder zu arbeiten, als die Töchter in die Schule kamen. Das war für mich kein Problem. Also sagte ich ihr, dass das in Ordnung sei. Wie du es von mir kennst. War das echt? Kannte sie mich damals? Sie kehrte in die Firma zurück, in der sie vor unserer Hochzeit gearbeitet hatte. Der Sohn des Chefs hatte die Firma übernommen und hatte großartige Ideen für das Geschäft. Sharon begann eine Affäre mit ihm, nachdem sie sich auf seinen Unsinn eingelassen hatte. Es war der typische Ablauf. Der schillernde Geschäftsführer versprach, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, die er nicht mehr verstand, und sie zu heiraten. Das glaubte er zumindest. Sie verließ mich und zog in eine Wohnung, die ihm gehörte, von der seine Frau zumindest nichts wusste. Sie erzählte ihrer Mutter von ihren Absichten, ignorierte aber ihren Rat, da sie wusste, dass es für sie nicht gut ausgehen würde. Sie machte trotzdem weiter. Du hast natürlich den Überblick verloren und angefangen zu trinken, weil dich diese Nachricht so mitgenommen hat. Du könntest nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ihre Mutter kam kurz nach dem Vorfall und bot ihre Hilfe als Vollzeitkindermädchen und Haushaltshilfe an. Sie erklärte den Mädchen, was passiert war, und dass es nicht meine Schuld war. Die Tatsache, dass ihre Großmutter kam, um mir zu helfen, und dass ich ihnen sagte, dass ich zwar wusste, was sie getan hatte, sie aber nicht dafür kritisieren würde, und dass ich sie liebte und sie meine erste Priorität waren. Während die Mädchen das alles zunächst nicht verstehen konnten. Ihre Mutter hat mir gesagt, dass sie ihr im Wesentlichen dasselbe geraten hat. Während all dies geschah, führten Sharons Mutter und sie ein langes Gespräch, in dem sie versprach einzugreifen, falls es sich als notwendig erweisen sollte. Sie hat mir gegenüber nichts erwähnt. Hätten sie das von ihr erwartet? Nicht im Geringsten. Wie konnten sie angesichts ihrer Katastrophe so lange verheiratet bleiben? Zu Lebzeiten meines Vaters fühlte ich mich machtlos, etwas dagegen zu unternehmen. Mein Vater wusste, wo er zuschlagen musste, ohne dass es offensichtlich war, und er hatte ein sehr aufbrausendes Temperament. Er zeigte Brad, wie er es bei Mutter machen sollte, die häufig von den Schlägen mit blauen Flecken übersät war. Sollte ich mich widersetzen, drohte er, mich aus seinem Testament zu streichen und mittellos zurückzulassen. Ich blieb dort, auf der Suche nach etwas, das seine Gewalt ausgleichen könnte. Obwohl es manchmal schwierig war, blieb ich hartnäckig. Ich sagte Brad, dass er nicht den Schutz meines Vaters erwarten könne und dass ich ihm Beweise dafür vorlegen würde, dass er ein untreuer Mensch sei, der mir Geld gestohlen habe, um Abtreibungen zu bezahlen, mit denen er die Folgen seines ungeschützten Geschlechtsverkehrs mit vielen Minderjährigen loswerden wollte. Er verschwand ins Ausland, um einer Verhaftung zu entgehen. Die Polizei zeigte großes Interesse an ihm. Sie haben es dann geschafft, sich scheiden zu lassen? Das war gar nicht nötig. Betsy hatte ihn genervt und ihm gesagt, dass sie allen erzählen würde, was für ein unangenehmer Mensch er sei, wenn er sich mit einer anderen Frau treffen würde. Wie heißt es so schön, ein Leopard kann seine Flecken nicht verbergen. Er hat es aber vernachlässigt und das hat ihn dann eingeholt. Er wurde von einem englischen Fußballteam der dritten Liga angeheuert und wurde dabei erwischt, wie er die Frau eines anderen Spielers betrogen hat. Nicht so sehr wegen des Ehebruchs, sondern weil der andere Spieler ihn verprügelte und er an den erlittenen Schädelbrüchen starb, was einen Skandal auslöste. Was wurde aus dem anderen Spieler? Er saß im Gefängnis, nicht so lange, wie es der Fall gewesen wäre, wenn er nicht so ein anständiger Spieler gewesen wäre, der kürzlich von einem der Premier League Teams gescoutet worden war. Vor Beginn der nächsten Saison war er wieder draußen. Wir scheinen nicht viel Freude in unserem Leben gehabt zu haben. Und ich vermute, dass du mir die Schuld dafür geben wirst? Natürlich, wenn du mein geringes Selbstwertgefühl und mein Stottern durchschaut hättest, hättest du mich statt Brad geheiratet und wir hätten ein glückliches Leben führen können. Kumpel, es war fast unmöglich, all das, was gegen dich sprach, zu durchschauen, um die wunderbare Person zu finden, die du geworden bist. Schmeicheleien bringen dich jetzt nicht mehr weiter, aber das wird es. Ich sollte zum Haus und zur Arbeit zurückkehren. Kann ich mitkommen? Ich würde gerne die Mädchen kennenlernen. Ich sollte zuerst etwas für meine Schwiegermutter und die Mädchen vorbereiten. Wenn du noch ein oder zwei Tage warten könntest, wäre das fantastisch. Ich nehme an, das muss ich wohl. In Ordnung, ich habe einen Job zu erledigen. Ich schnappte mir meine Taschen und wir gingen. Trudy war an der Rezeption und Jenny informierte mich, dass mein Aufenthalt ein Geschenk war. Sie gab mir einen Abschiedskuss und ich ging. Wie ist die Beerdigung gelaufen? Es war in Ordnung, soweit es Beerdigungen angeht. Waren die Zahlen wirklich hoch? Mehr als ich erwartet hatte. Sie war, wie sich herausstellte, eine sehr beliebte Person. Wie geht es dem Hotel? Jenny Corbet kümmert sich schon seit einiger Zeit darum. Ihr Vater und mein Vater waren Freunde und starben bei demselben Autounfall. Miel, früher in meiner Ehe hatte ich angefangen, sie Miel und nicht Schwiegermutter zu nennen. Ich muss mit dir über etwas reden. Willst du mir sagen, dass ihr beide beschlossen habt, eure Freundschaft wieder aufleben zu lassen und dass Jenny Corbet eine alte Freundin ist? Ja. Ich will nicht zwischen euch stehen. Es könnte nicht schlimmer sein als das, was ihr mit Sharon hattet. Danke. Jetzt kann ich es den Mädchen sagen. Das wäre die erste Hürde genommen. Zumindest habe ich jetzt noch viele Stunden Zeit, um mich darauf vorzubereiten, bevor sie nach Hause kommen. Als Fliss und Jess, Felicity und Jessica von der Schule nach Hause kamen, warfen sie ihre Taschen auf den Boden und sprangen in meine wartenden Arme. Dad, du bist schon zu Hause. Wir haben dich erst morgen zurück erwartet. Ich wollte nicht bleiben, da ich meine Mädchen besuchen wollte und meine Geschäfte erledigt waren. Wir haben dich vermisst und freuen uns, dass du da warst. Liz sagte, wir kannten Oma nicht, aber wir waren traurig, dass sie gestorben ist. Ich weiß, Schatz, diese großartige Frau hätte euch geliebt. Es tut mir leid, dass ihr sie nicht kennengelernt habt. Das ist ganz allein meine Schuld. Ich habe sie wegen der Arbeit vernachlässigt. Daddy? Es ist nicht deine Schuld, sagte Jess. Wir haben gelernt, dass du hart arbeiten musstest, um unser Leben angenehm zu gestalten, als Mutter uns verlassen hat. Erst in den letzten Tagen habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Ich hätte nicht so hart arbeiten müssen. Besonders nach dem Tod meines Vaters hätte ich mehr Zeit mit euch Mädchen und meiner Familie verbringen sollen. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch sage, dass ich darüber nachdenke, mein Geschäft zu verkaufen und wieder nach Fulton Springs zu ziehen? Würdet ihr dort irgendetwas machen? Fragte Fliss. Das Hotelgeschäft ist meine Verantwortung. Was ein anderes Thema aufwirft, das ich mit euch besprechen sollte. Ja, sie stimmten zu. Die Hotelbesitzerin ist eine Freundin aus dem College. Wir haben unsere Freundschaft gerade wieder aufleben lassen. Ich mag sie. Ich habe sie jahrelang geliebt und wusste, dass sie mich auch liebt. Wir wurden durch das Schicksal getrennt und wieder vereint. Willst du sie heiraten? Fragte Fliss. Vorher musst du aber überlegen, ob ihr drei euch mögt. Wann sollen wir sie treffen? So schnell wie möglich? Ich rief Jenny auf meinem Handy an. Du hast den Frauen gesagt. Ich. Wer? Ich hörte Gelächter. Wann soll das geschehen? Wie schnell kannst du kommen? Ich hatte keine Zeit zu antworten. Fliss nahm mein Telefon. Fliss, Dads Älteste, würde dich gerne kennenlernen. Wir würden uns lieber persönlich treffen. Wir möchten, dass du dich entspannst, damit es schnell gehen kann. Wir lieben Dad und wollen das Beste für ihn. Wann kannst du kommen? Er gab mir das Telefon zurück und antwortete, ich bin's nochmal. Wann kannst du ankommen? Hast du schon gepackt? In vier Stunden. Super. Dreieinhalb Stunden später ging ich auf und ab und wartete. Warum setzt du dich nicht, Ted? Sie kommt nicht schneller, wenn du den Teppich abnutzt, sagte Mill. Ja, Dad, setz dich, sagte Fliss. Innerhalb von Sekunden öffnete ich die Tür, bevor sie klingeln konnte. Wir hörten ein Auto in die Einfahrt einbiegen und die Tür zuschlagen. Trotzdem klingelte sie, bevor sie mich umarmte. Ich drehte mich mit Jenny im Arm um. Wir vier umarmten uns, als Lisa und Jess ankamen. Würdet ihr beide bitte eintreten und die Tür schließen? Ihr lasst die Moskitos herein. Stellst du mir diese reizende Dame nicht vor? Meal, Jenny Korbe, Meal, Annie. Was bedeutet Meal? Millicent? Kurz für Schwiegermutter. Das gefällt mir besser als das, was die meisten Schwiegersöhne ihre Schwiegermütter nennen. Er könnte mich nicht Mom nennen. Ich freue mich darauf, Meal und die Mädchen kennenzulernen. Er ist wer? Vielleicht seid ihr Zwillinge. Ich heiße Felicity oder Fliss. Ich bin zwei Jahre älter als Jessica, aber sie ist Jess. Er sagte, ich habe Kaffee gemacht, wenn du möchtest. Es passierte nichts. Also nehme ich an, dass sie Nein gesagt hat. Nein, du hast ihn gemacht und ich will nicht, dass er verschwendet wird, sagte Jenny. Sie lächelte, als hätte sie etwas Gutes getan. Wirst du nächstes Jahr aufs College gehen? fragte Jenny Fliss. Die Antwort lautet, ja. Was willst du studieren? Ingenieurwesen. Obwohl es kein üblicher Studiengang für Mädchen ist, interessiert es mich. Jessica sagte, du interessierst dich dafür, weil du denkst, dass es im Ingenieurwesen mehr Männer gibt. Das ist falsch. Ich habe es dem Schulberater gesagt und einen Eignungstest gemacht, um meine Entscheidung zu bestätigen. Ich sage, mach, was du willst und ignoriere andere. Ich habe diesen Fehler gemacht und aufgehört, mit deinem Vater glücklich zu sein, um meinem Vater zu gefallen. Wenn du Dad geheiratet hättest, wären wir nicht hier, sagte Jess. Das ist es. Was willst du tun, Jess? Ich bin mir bei den Naturwissenschaften noch nicht sicher. Wir hatten das Thema, wer wo schlafen würde, bis fast elf Uhr vermieden. Es ist Zeit fürs Bett, bemerkte Miel. Wo wird Jenny schlafen? Trotz der negativen Assoziation mit ihrer Mutter, beschlossen die Töchter, sie Jenny statt Mutter zu nennen. Sie will bei deinem Vater schlafen. Würde das Probleme verursachen? Das ist schon mal passiert. Es wäre seltsam gewesen, nicht bei ihm zu schlafen. Jessica, wir sehen das nicht mehr als Problem an? Mach nur. Bitte seid leise. Wir müssen schlafen. Ich sagte ihr, dass das nicht nett sei. Es stimmte. Um ehrlich zu sein, wollten wir uns nicht einmischen. Gute Nacht, Dad. Sie küsste mich. Gute Nacht, Jenny. Gute Nacht, Jess und Fliss. Jenny und ich küssten und hielten uns fest und fragten uns, ob wir aufstehen sollten, als die Mädchen hereinkamen. Wir müssen zur Schule gehen, sagte Jess. Wir wollten uns von euch beiden verabschieden, bevor wir gehen. Ich habe Frühstück für euch beide gemacht und werde es nicht kalt werden lassen. Ich denke, wir sollten aus diesem Bett rauskommen, sagte Jenny. Ich möchte Miel nicht zu schnell beleidigen. Versuchst du sie zu beleidigen? Am Tisch erkundigte er sich. Was habt ihr heute vor? Ich muss die Arbeit der letzten Tage nachholen und dann mit meinem Anwalt über den Verkauf des Unternehmens sprechen. Was ist mit Jenny? Ich würde gerne mit Ted reisen, aber ich würde wahrscheinlich nur im Weg stehen. Wir werden uns kennenlernen. Ich muss Dinge besprechen. Was könnte das sein? Fragte ich mich. Wir trennten uns und ich ging, um zu planen. Ny rief aus. Willkommen zurück, Ted. Als ich auf dem Weg zu meinem Büro an ihrem Büro vorbeikam. Wie geht es dir? War die Beerdigung in Ordnung? Für Beerdigungen war es in Ordnung. Gibt es etwas Dringendes? Wir haben alles ohne dich erledigt. Ja, gut. Du kannst mit gutem Gewissen gehen. Was meinst du? Willst du gehen? Ich verkaufe, weil ich keinen Stress mehr haben will. Wie schnell muss ich einen neuen Job finden? Übertreib nicht. Wir haben noch viel zu tun, bevor ich gehe. Ich nehme an, du hast eine Frau gesehen. Als du reinkamst, hatte ich den Eindruck, dass dir etwas Fantastisches passiert ist. Habe ich recht? Wo ist sie und wann werde ich sie sehen? Jenny Corbett betreibt das Fulton Springs Family Motel. Wie lange kennen sie sie schon? 20 Jahre. Wir gingen zusammen zur Schule. Ihr Vater hatte andere Pläne und ich verlor. Ich bekam Sharon. Sie bekam Brad. Ich nehme an, sie ist fertig mit Brad? Wir haben ihn wegen Untreue rausgeworfen. Sie musste warten, bis ihr Vater starb, da er vorschlug, dass sie Brad heiraten sollte. Brad war für ihren lieben Vater lebenswichtig. Hat sie sich von ihm scheiden lassen? Das war nicht erforderlich. Sie starb an den Folgen von Schlägen. Wollte Jenny, dass das Geschäft verkauft wird? Das klingt aus ihrer Sicht fair. Sie hat den Verkauf nicht forciert und ist mit meiner Wahl sehr zufrieden. Es war meine Idee. Was ist mit den Töchtern? Haben sie sie ihnen vorgestellt? Ja, sie haben Jenny gesehen und waren einverstanden. Was als nächstes? Diese Entscheidung muss mit James besprochen werden. Können sie ihn für mich erreichen? Er war mein Anwalt. Er war zuversichtlich, dass er einen Käufer finden würde, nachdem er einen Kaufvertrag aufgesetzt hatte. Ich kenne einige Interessenten, die von weniger Konkurrenz profitieren würden. Möchten sie schnell handeln? Ich möchte nicht handeln, sobald Fliss die Schule beendet hat, bemerkte ich. Das können wir schaffen. Was ist mit dem Hotel? Werden sie das auch verkaufen? Ich kann das auch verkaufen. Nicht zum Verkauf. Ich werde es mit Jenny, meiner zukünftigen Frau und Managerin, führen. Wenn du anfängst, darfst du nichts halbherzig machen. Ich habe genug davon, darüber zu reden. Kannst du mich Jenny vorstellen? Ich bringe sie morgen mit, wenn du versprichst, sie nicht zu kritisieren. Ich garantiere es. Ich wäre mit Konflikten und Streitigkeiten beschäftigt. Frauenslang. Wenn ich versuchen würde, eine andere Frau zu daten. Jenny sagte das zu Penny, die zustimmte, und James, der zögerte, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Ich mochte sie beide und musste sie aus meinem Büro werfen, da Penny und Jenny ein Brainstorming durchführten. Jenny, Fliss, Jess und Miel fuhren am Freitagabend nach Fulton Springs. Jenny und ich schliefen in ihrem Zimmer, die Mädchen und Miel in meinem. Es gab viel zu tun, also leiteten Jenny und ich das Motel. Die Mädchen hatten Spaß und verstanden sich gut mit Trudy, die ihnen an der Rezeption half. Am Nachmittag genossen die Mädchen ihre Beliebtheit. Viele Einheimische kamen, um mich zu begrüßen und die Mädchen zu sehen. Weitere junge Männer warfen ihnen verstohlene Blicke zu. Dan. Die Einwohnerzahl von Fulton Springs war kürzlich um vier gesunken. Mit den Mädchen kehrte Jenny Fulton in die Stadt zurück. Ich kehrte zurück. Die Töchter halfen, aber Mill kümmerte sich um die Rezeption und das Catering. Ich übernahm das Marketing und das Management. Das Hotel wurde renoviert und familienfreundlich gestaltet. Das Fultonhaus dominierte bald den Beherbergungssektor. Das war's.